Meine Gaming-Karriere hat 2007 angefangen. Natürlich habe ich in der Zeit hart gearbeitet und viel trainiert. So kam ich dann auf das erste internationale Turnier. Da kam dann das beste deutsche Team auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Fulltime spielen möchte. Relativ früh in meiner Karriere habe ich gemerkt, dass es sehr wichtig ist, wie man mit Niederlagen und Siegen umgeht. Dass nicht alles nur Spielen ist, sondern auch viel harte Arbeit dahinter steckt. Das Wichtige ist zu verstehen, dass es immer das nächste Turnier geben wird. Man hat nochmal eine Chance, um zu zeigen, wie stark man wirklich ist. Mittlerweile bin ich nicht nur mehr Spieler, sondern wir haben mit BIG unsere eigene Organisation gegründet. Das macht mich nicht nur mehr zum Spieler, sondern auch gleichzeitig zum Coach, Mentor und Unternehmer. Immer an sich zu arbeiten und niemals aufzugeben, gehört einfach zum Gaming dazu. Ich bin Fatih, aber du kennst mich als Kopie. Ich bin Fatih, aber du kennst mich nicht nur. Ich bin Fatih, aber du kennst mich nicht nur früher. Untertitelung des ZDF, 2020